Wir können jetzt noch die ganze Zeit A Cappella singen, vielleicht noch ganz kurz für Dominik, weil das ist ja quasi wie ein Entzug, wenn du auch ein Elie Fischer bist, über mehrere Monate und dann wird dir das auf einmal weggenommen, das ist natürlich nicht ganz einfach. Dann kann es auch sein, man hat Halluzination, es steht 5.5, es ist John der Haare und so, das wollen wir nicht. Deswegen nur für Dominik, ganz kurz vor einem Rhythmus zum Abgewöhnen und dann wieder richtige Musik. Achtung! Achtung, Achtung, Achtung! Achtung, Achtung, Achtung! Achtung, Achtung, Achtung! 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 Das ist ganz, ganz richtig, dass man da wirklich am Ball bleibt. Und bei uns ist es noch nicht ganz so weit, wir haben noch ein paar Jährchen, aber dann geht es auch langsam los. Also, ihr könnt das sehen, dass wir noch geistig verpfiffen sind, weil wir noch nicht eine der Bands sind, die Alarm auf die Bühne hängen. Da denken immer viele, das ist Marketing, Werbung, Promotion. Nein, die Musiker sind schon so verwirrt, dass sie sich zwischendurch umdrehen müssen. Wer bin ich? Brauchen wir noch nicht. Wir wissen es. Und im Notfall haben wir ja Dominik. Wer sind wir? Richtig. Und es kommt hier aus der Episode geschossen. Dominik hochintelligent und heute eine CD von uns geschenkt gekriegt. Wer das auch möchte, wir machen natürlich eine kleine Spontanaktion heute hier im Kaufpark. Wer von euch auch zehn Jahre alt ist, Dominik heißt, ein blaues Sweatshirt-Trick, gewinnt heute auch eine CD. Das heißt, wer das zutrifft, hier schon wieder ein bisschen zu alt, falsche Farbe, der Freischung nach dem List.